mal hier gemacht haben ich hätte erfolgreich mit guck mal dann mache ich lieber das hier gab nämlich jetzt weil da gibt es jetzt nämlich eine mod mit der man twitch und das spiel hier verbinden kann was cool ist was nicht so cool ist dass das spiel sich gerade aufgegangen hat äh zick dann habe ich gleich habe ich noch eine mod installiert und wir können jetzt nämlich sachen hier ein feld geben aber ich glaube ich habe das noch nicht richtig eingestellt das einmal das einmal kommen wir noch mal und noch mal wir haben nicht so viel geld dafür bestelle ich jetzt erstmal bis hier war auch noch leer ja 1 2 3 4 wollen wir nicht übertreiben nicht dass hier wieder ich wollte gar nicht übertreiben nicht dass er wieder einen karton hoch packt aber natürlich ist das passiert blöde mod komm das reicht schon ne komm okay reicht nicht vielleicht daran zick komm hier okay will nicht ja oh da drüben liegen auch welche glaubt davon doch ein bisschen viele hallo komm noch her du solltest da liegen bleiben hallo ich bin direkt vor dir vielleicht finde ich das ding ein bisschen schiebe dass ich hier durch diese treppen öffnung komme das ist vielleicht nicht hundertprozentig gut gestapelt aber egal hauptsächlich kommt er irgendwie ran zick hallo hallo ah man darf da nicht hoch darf man ja aber ich kann den ich habe jetzt nicht gespeichert die karton sollten jetzt nicht da sein toller start ich bin jetzt nochmal die meldung das ist und macht die box ok nochmal die meldung das twitch maker voll greifen wurde ja ok hat hier gerade irgendjemand gesehen hier waren die welche ah ok dann jetzt mal kurz noch nicht übertreiben das bringt jetzt gerade nichts weil ich noch keine kunden habe zick das war nur in ordnung super so offen und ich brauche eine musik im hintergrund äh Twitch nur copyright warte ich gucke dann so ganz leise im hintergrund war schon so so und füllen wir graben auf bevor wir hier die nervigen Leute rein lassen nochmal nudeln ich geht in einer packung auf rest stellen die können euch mal helfen brauchen sie einen job was sind da nein dann tue ich hier noch welche rein Öl so hier auch nochmal nudeln ich brauche vielleicht noch mal eine mod dass man kartons einfach alles reinschmeißen kann und nicht dieser karton passt nicht ähm so viel chicken Chica bist du es so wow äh leicht besoffen wir bei der Arbeit noch mal so wir haben auch zwei stück über was soll denn das ja dafür bräuchte ich vielleicht eine ordnung in der drinnen und die habe ich nicht gestern nach der markt gesucht hat sie nicht gefunden die hatte doch irgendwie Palle so hä ich mache open und es wird dunkel gut dann war ja ein schöner Tag okay was sollte das jetzt jetzt hat es funktioniert aber hier wir brauchen nochmal das hier und das hier ist sonst noch was wichtiges leer oh ja die Leute haben kein Alkohol mehr Chips sind auch so gut wie alle weiß halt nicht warum ich Chips bei für ja es sind eigentlich Chips ich habe die Verbindung geändert äh beim Alkohol mit steht kommen sie rein da hinten kommt einer mit Name Tag äh äh die nochmal bestellen äh äh sick äh 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 ach Jocelyn geht auch einkaufen äh 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 ich habe wahrscheinlich kein Geld mehr dafür äh 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 die Kartons werden gleich wieder super rumliegen Wann bestell ich? Mich ist egal So reicht dann auch fürs Erste Wie schnell ändert man denn sein... Oh Gott Warte mal Kann ich doch jetzt auch hier Verwaltung Einstellen Kassiere 1 Neuen Namen wählen Und hier ist nicht so Kann mich für selbst einkaufen Ne, darüber schon mal gar nicht Neuen Namen wählen Neuen Namen wählen Hä? Wie funktioniert das? Alle Namen zurücksetzen Neuen Namen wählen Neuen Namen wählen Okay Kassiere wollen also Keinen Namen haben Okay Und die Auffüller Oh Ich geh selbst einkaufen Ja So sehe ich auch aus So wie sieht's denn aus? Ähm Du bist verbunden Du musst nicht jetzt mal In den Buffet nur eingeben Hä? Aber wie fun... Hä? Wie funktioniert das mit diesem Namen? Kronkh hat das doch auch Winbekommen gehabt Neuen Namen wählen Ne, das bin ich der hier steht Hallo? Muss ich dich einmal freuen Neu einstellen? Ich hab keine Ahnung Oh, ich hab nur Order Was hab ich jetzt... Was ist jetzt hier so teuer? Äh Ach, diese Hodka-Dinner Ach, Kacke Könnt ihr mal mehr einkaufen? So viel kriminieren Ach, diese Hodka-Dinner Ach, diese Hound Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, nee. Können die das nicht mehr verteilen? Egal. Und es ist schon wieder dunkel. Anstatt da durchzufahren, könntest du auch ruhig mal einräumen helfen. Äh. 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 Warum räumt denn das keiner ein? Was hab ich denn für komische Angestellte? Das steht draußen, räumen die sowieso nicht ein. Die räumen nur das an, was ja auch im Lager drin ist. Weißt du was? Ich mach jetzt Enter. So. Dann haben wir es wenigstens hell und können jetzt im Hellen einräumen. So. Einmal Capship. Ja, kommt da unten auch hin, von mir aus. Ich weiß gar nicht, ich weiß ja nie, wo ich anfangen soll. Das ist voll. Kickcat. Haben wir hier... Äh... Hier. Sind doch gar nicht neu. Haben wir schon länger. Huh? Huh? Ich sollte dir die Ketten wegnehmen, wenn ich's ausräume. Kann ich das ins Angebot setzen? Tee. Oh. Ne, weil's wie günstig ist. Okay. Keine Angebote. Wie wird das runtergesetzt? Hier. 240 auf... Zack. 190. Das geht. Warum gehen denn die Eier nicht? Das müssen doch denn 21 sein. Aber es geht nicht. Ich profitiere nicht davon, weil ich davon nur 1,41 kriege. Ist mir doch aber egal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier draus mache... Drei. Hallo? Warum darf ich den Preis nicht... Äh. Drei. Witzig? So. Jetzt rühe ich Tee. Rühe ich Tee immer noch nicht von. Okay. Denn... Warum funktioniert denn das nicht? Ich darf dann jetzt hinschreiben. Cool. Hä? Ist das ein Bug? 340. Jetzt geht's wieder. Komisch. Gute Bärenmarke-Milch. Eier. Das sind... Glaube ich... Ich hab die Butter hier falsch eingeräumt. Die gehört da gar nicht hin. Das sind glaube ich die, ne? Ja. Eigentlich können die auch da rein. Hä? Wo gehört denn... Hä? Hä? Ich bin verwirrt, wo gehörte denn die Butter hin? Ach da. Okay. Mein Fehler. Darf ich die Butter in ein Angebot setzen? Nein, profitiere ich nicht von. Okay. Ich mach hier komisch. Okay. Bleib doch so. Ich mach meine eigene Ordnung hier kaputt. Die Kunden machen da schnell wieder leer. Falls du heute noch Kunden kriegen musst, du für öffnen. Ein hoch auf die Paletten. Die Mod ist gut. Äh... Cheese It. Die hat mir glaube ich hier, ne? Ja. Ich würd dich gerne abwerfen. Super. Ähm... Spide hatten wir hier. Hat durch die Teilzsätze jetzt wieder auf Null gegangen. Interessant. Äh... Zick. Nochmal Cola brauchen wir auch nicht. Ich meinte braumen wir nicht. Heinz Tomaten Capschup. Äh... Ne, da unten wollt ihr nicht hin. Schnell weg damit. Komm schon. Passt nicht in diese Box. Das war irgendwas hier, ne? Oder? Was ist das für ein Zeug? Äh... Geht jetzt zu und verwirren mich. Okay. Äh... Zucker. Eine Seife. Ja, kann man doch mal verwitzeln. Apfel... Äh... Ist... Hier. Gute Zeug von Albi. Kirschbanane ist am besten. Boah, das wäre jetzt geil. Das Spide ist immer noch voll. Zinni-Minis. Nestle. Ähm... Rittersport. Wegen einem so'n Ding auf Rest stellen, ey. Unnötig. So, ein bisschen was zu laufen. Weiß ich, wie ich die da runterkriegen soll. Gibt's eine Fly-Mod? Was war dir jetzt nicht voll genug? Ach Gott. Ich hab's noch mehr davon. Ich dachte, wir hatten auch noch eine andere heute davon. Ich hab's noch mal Rittersport. Äh... Egal. Zinni-Minis fahren. Geht noch eine Reihe. Da kann man eigentlich auch noch welche drauflegen, spielen. Honig. Auch ein bisschen Platz verschwendet. Ich hätt' gerne Motten, mit der man das alles besser packen kann. Und mit der da oben nichts mehr landen kann. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ich lass die jetzt erst mal. Vielleicht, wenn man die Dinger ignoriert, vielleicht fallen die von alleine wieder runter. Oh, Dip. Äh... Die hatten wir hier. Äh... Äh... Leibniz hatten wir... Hier. Ich soll einfach besser aufpassen, wie viel ich bestelle. Vielleicht nehm' ich diese Max-Order, äh, da mal raus. Dass wir wieder nur auf 10 Bestellungen sind. Ach, denn... Das ist immer so wenig. Aber da ist nie was auf diesem Balkon zergelandet. Äh... Da soll das nicht rein. Äh... Ähm... Die hatten wir hier. Das ist... Ist es der? Nein. Der? Ja. Ich wollte jetzt keine Müllhörme schmeißen. Ach, Chili-Soße. Ja, die gönnen jetzt eigentlich da rein. Was nicht geht. Die Ballen stimmen mit zu. So, Seife. Aber die passen hier rein. Eigentlich würden die da reinpassen, Spiel. Hier. Äh... Sind die, ne? Ja. Äh... Da unten. Kauk. Äh... Hier, ne? Hm? Ja. Ja, ein bisschen was sollte uns ja jetzt auch filmen, weil ich ja viel gelöscht habe. Weil es zu teuer war. Also hier, das Kega bleibt auf jeden Fall leer. Oder halbwegs leer. So, die gehen wir jetzt in alle rein. So, Cream. Was soll man mit dir denn? Wollen wir auch? Ähm... Da unten. Wer hat die denn da unten reingepackt? Ich packe jetzt hier rein. Und von mir aus da unten rein. So, mal... Zick. Och, mein Pekuts. Äh... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020